London braucht keine Praxis, ja, warum soll man Praxis machen, ja? London will lieber, ja, bei der EU bleiben, ja. Aber es gibt doch immer wieder, ja, paar Verrückte, ist doch klar. Die Verrückten, ja, 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 wollen ja eine Praxis machen, ja. Warum soll man eine Praxis machen, ja, der bringt dann keinen Vers, ja. Ein Praxis nur für Verrückte, ja, das ist doch wirklich wahr. Ein Praxis für Verrückte, ja, sie sind wie ein Krankenhaus sogar. Das kann doch nicht sein, ja, ja, dass jeder macht, was er will sogar.